Wir kennen uns natürlich vom Kanu und genau weiß ich jetzt nicht, wie lange wir uns schon kennen, weil er ja auch vorher beim anderen Verein war und da waren wir Privalen. Da war so ein Leipzig Cup und da bin ich hinter ihm gestartet und er vor mir, habe ihn dann langsam eingeholt und als er das gemerkt hat, wurde ich abgedrängelt von ihm in Busch und im Nachhinein war die Ausrede, dass sein Steuer kaputt war und sowas kann er jetzt natürlich nicht mehr als Ausrede nehmen, weil er jetzt immer das beste Material zur Verfügung hat. Mit ihm in meinem Boot ist es nicht immer einfach, weil immer einer schief sitzt, man weiß nicht genau wer, aber es wird dann natürlich immer auf den anderen geschoben. Aber wenn man dann am Start ist und sich auf das Rennen konzentriert und im Rennen läuft es dann auch. Also was mir sehr in Erinnerung geblieben ist und auch für immer bleiben wird, dass wir bei der Deutschen Meisterschaft, da wurde ich mit in den Sachsenvierer gesetzt und da haben wir den zweiten Platz geholt. Also ich finde an Konrad sehr gut, dass er so ein sehr gutes Bewegungsgefühl hat und wenn er sich was anschaut, wie andere Leute was machen und es dann probiert, dann kann er es direkt und man denkt, er will es schon jahrelang machen. Außerdem kann er sich im Wettkampf extrem auspowern, immer 200 Prozent geben und da ist er früher dann auch immer direkt krank geworden danach. Sein Geheimnis fürs Training, denke ich mal, ist sein Wille. Also wenn er was will, dann macht er es. Etwas zu erkennen, was jetzt gut für ihn ist, das kann er sehr gut. Also das sagt auch immer unser Trainer Nico Malscher, dass er noch nie jemanden gesehen hat, der so viel instinktiv weiß, was richtig für ihn ist. Er ist auf jeden Fall immer sehr lustig mit unserer Gruppe und im Kraftraum hören wir dann auch Musik und während dem Training können auch mal quatschen in den Pausen und es ist allgemein eine sehr gute Atmosphäre auch vor allem durch ihn. Außerhalb des Sports sind wir beste Freunde, da machen wir auch alles zusammen. Auch in Ferien, da waren wir auch schon mal in Österreich zum Wildwasserfahren zusammen. Da haben wir uns auch die Kenterrolle beigebracht oder die wurde uns beigebracht. Also mit Konrad kann man alles machen und generell ist er für mich auch ein Vorbild. Konrad hat es auf jeden Fall verdient, Nachwuchssportler des Jahres zu sein, vor allem durch seine Erfolge, aber auch wie er als Mensch ist. Konrad hat es auf jeden Fall verdient, Nachwuchssportler des Jahres zu sein,